Hallo und herzlich Willkommen zu bei der Tristec fürs Volk. Mein Name ist Max. Heute möchten wir uns noch mal eine Schriftstellerin angucken, die die Weltliteratur geprägt hat und zwar spreche ich von der guten Jane Austen. Wie immer bei diesen Videos werde ich zunächst etwas über ihr Leben erzählen und werde dann im Anschluss über ihre Werke sprechen und noch mal erklären, warum sie denn die Weltliteratur geprägt hat und warum ihre Werke bis heute gelesen werden. Kleiner Hinweis, wenn dir Videos wie dieses gefallen, dann abonniere doch den Kanal und klick vielleicht auf die Glocke. Dann verpasst du es nicht, wenn noch mehr von diesen Videos herauskommen. So, kurzer Hinweis am Rande. Starten wir jetzt mit der Biografie von Jane Austen. Jane Austen wurde 1775 in Hampshire im Süden von England geboren. Jane Austen wuchs relativ behütet auf, war eines von acht Geschwistern. Die Eltern waren nicht sehr wohlhabend, aber sie waren auch nicht arm. Was aber ganz besonders war, war, dass die Eltern sehr, sehr viel Wert auf Bildung gelegt haben. Also alle acht Geschwister genossen einen hohen Bildungsgrad und das war eigentlich etwas, was im Grunde zu der damaligen Zeit eher den oberen Klassen vorbehalten war. Aber die Eltern nutzten eben das, was ihnen zur Verfügung stand, um ihre Kinder sehr gut auszubilden. Und Jane Austen war dementsprechend sehr gebildet und sehr intelligent und verfasste bereits im Alter von zwölf Jahren erste gesellschaftskritische Theaterstücke und Romanfragmente. Ein Alter, wo die meisten von uns wahrscheinlich auch noch mit Lego gespielt haben. Aber die kleine Jane Austen war schon sehr besessen von Literatur und wusste auch schon relativ früh, dass sie auf jeden Fall Schriftstellerin werden möchte. Im Alter von 17 begangen sie dann mit ihren ersten Romanen. Die Romane, die sie während ihrer Jugend schrieb und zu dieser Zeit wurden allerdings erst nach ihrem Tod veröffentlicht. Zu ihren großen Vorbildern zählten unter anderem Henry Fielding, Alexander Pope und William Chopper. Innerhalb ihrer Familie hatte sie ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Schwester Kassandra, die wahrscheinlich auch ihre beste Freundin bis zu ihrem Tod beliebt. Insgesamt war die Familie Austen sehr sehr eng und nach dem Tod des Vaters, wo die ganze Familie trauerte, zogen sie auch fast alle erst nach Southampton und dann später wieder nach Charlton in Hampshire, wo Jane Austen dann auch den Großteil ihrer Romane verfasste. Dann schließlich im Alter von 40 Jahren erkrankte sie an einer Nierenkrankheit und starb auch nur ein Jahr später. Wir sehen also, dass Jane Austen ein sehr harmonisches Leben hatte, war immer sehr eng mit ihrer Familie und es gab auch keine großen Streitigkeiten innerhalb ihrer Familie. Und wie es eigentlich fast immer ist, hat auch hier das Leben der Schriftstellerin ihre Werke sehr geprägt und sie hat eben diese Werte, die ihre Familie vermittelt hat, eben Empathie, Selbstreflexion, Harmonie, Toleranz. Das alles hat sie auch in ihren Werken verarbeitet und ist auch Teil ihres großen, großen Erfolgs. Was nämlich ihre Werke ausmacht, das werden wir uns jetzt näher angucken und wir beginnen mit ihrem wahrscheinlich bekanntesten Werk, Stolz und Vorurteil. In den allermeisten Werken von Jane Austen ist die Liebe das zentrale Motiv und auch Stolz und Vorurteil ist hier auf jeden Fall keine Ausnahme. In dem Roman sucht die junge Elizabeth Bennet ihr Glück. Also sie sucht einen Mann, den sie heiraten kann und die Person, die sie später heiratet, nämlich Fitzwilliam Darcy, entspricht überhaupt nicht ihrem Ideal. Die beiden verstehen sich gar nicht, sind eigentlich grundverschieden. Man hat zu Beginn gar nicht das Gefühl, dass sie wirklich zusammenpassen, aber beide durchlaufen mehrere Krisen innerhalb des Romans, stecken am Ende zurück, hinterfragen ihr eigenes Denken, überkommen ihre Vorurteile und passen dann am Ende ganz wunderbar zueinander und finden eben auch zueinander. Also in diesem Buch ist es so, dass Menschen ihr eigenes Handeln hinterfragen, ihre eigenen Motive zurückstecken und dadurch am Ende glücklicher werden. Also wir sehen, dass eben diese Empathie, diese Toleranz, dieser Respekt führt für alle Menschen am Ende zu einem glücklicheren Leben. Und das ist so ein bisschen der Kern von Stolz und Vorurteil. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch die anderen Werke von Jane Austen. Also vielleicht sollten mehr Leute Stolz und Vorurteil lesen. Vielleicht wäre unsere Welt dann ein kleines bisschen besser, wenn wir alle Rücksicht aufeinander nehmen würden. Ein weiteres Motiv, was in ihren Werken immer wieder vorkommt, ist das Geld. Etwas überraschend, aber zum Beispiel im Mansfield Park heiratet die junge Hauptfigur den reichsten Mann der Gegend und wird, wir ahnen es, sehr unglücklich, obwohl sie quasi in Reichtum schwimmt. Aber andererseits ist es nicht so, dass Jane Austen Geld verteufelt. Im Gegenteil, für sie ist das sogar ein ganz wichtiger Bestandteil, um ein glückliches Leben zu führen. Es ist aber eben nicht die Hauptessenz des Glücks. Also Geld allein macht nicht glücklich, aber kein Geld macht unglücklich. Und das hat Jane Austen sehr früh erkannt, was auch relativ erstaunlich ist, weil es für Frauen in der damaligen Zeit ja eigentlich nicht die Aufgabe war, viel mit Geld zu machen. Aber trotzdem war sie da ein bisschen ihrer Zeit voraus. Also das Geld ein weiteres Motiv in Jane Austens Romanen. Jetzt könnte man meinen, dass Jane Austens Romane ja eigentlich total langweilig sind, weil alles ist irgendwie nur von Harmonie und glücklich sein und ich möchte niemandem auf die Füße treten geprägt. Aber genau so ist es eben nicht. Denn wir haben sehr viele Intrigen, wir haben sehr viele Machtkämpfe, wir haben sehr viele egoistische Figuren in ihren Romanen. Es ist eben nur so, dass der Schlüssel zum Glück oder der Schlüssel zum Triumph in ihren Werken ist eben immer diese Empathie, diese Toleranz, dieses Rücksichtnehmen auf andere. Das führt ganz oft in ihren Werken zum Erfolg. Und den Menschen stehen sehr oft Dinge wie Vorurteile, wie mangelnde Toleranz im Weg. Und das ist dann im Endeffekt der Schlüssel zum Glück, dass die Menschen sich eben öffnen, eine andere Perspektive einnehmen und empathischer werden. Also lasst uns alle mehr Jane Austen lesen, denn dann wäre, glaube ich, die Welt ein deutlich glücklicherer Ort. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Hast du schon was von Jane Austen gelesen? Ja oder nein? Schreib es doch mal in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.